Christian Gotthilf Salzmann war ein deutscher evangelischer Pfarrer und Pädagoge. Der Aufklärer gründete 1784 DK Sekunden Philanthropien Schnepfental, eine philanthropische Erziehungsanstalt bei Gotha. Leben Salzmann war Sohn des Pfarrers Johann Christian Salzmann, studierte Theologie in Jena und wurde 1768 Pfarrer. Von 1781 bis 1784 arbeitete er an der von Johann Bernhard Basedow gegründeten und geprägten Philanthropien in Dessau. 1784 gründete er eine eigene Anstalt in Schnepfental. Mitarbeiter Salzmanns waren hier U.A.R. Johann Christoph Friedrich Gutzmutz sowie Johann Matthäus Bechstein. Er war Mitglied der Freimaurer Logerns zum Kompass in Gotha. Im Krebsbüchlein kritisierte er in ungewöhnlicher Form die Erziehungspraktiken seiner Zeit, die häufig paradox anmuteten. Mit seinem Werk Konrad Kiefer oder Anweisung zu einer vernünftigen Erziehung war er als der deutsche Jean Jacques Rousseau bekannt geworden. Ähnlich wie in dessen Emile stellte Salzmann hier seine romantischen Erziehungsvorstellungen vor. Neben der religiösen Erziehung, der körperlichen Ertüchtigung und dem Erlernen neuerer Sprachen war ihm die moralische Erziehung besonders wichtig. An vielen Stellen seiner Schriften behandelte er auch das Problem der geschlechtlichen Unterweisung und Aufklärung. Im Jahre 1785 legte Salzmann die erste Monografie zu diesem Thema vor über die heimlichen Sünden der Jugend. Das Grab von Salzmann findet sich auf dem Waldfriedhof bei Schnepfental. Der Oberforstrat Ernst Julius Theodor Salzmann war Sohn von Christian Gotthilf Salzmann. Große Verdienste erwarb sich Ernst Salzmann in früheren Jahren beispielsweise im Vermessungswesen der gotharschen Domänenforste. Er legte die ersten Grundlagen zu dem im gotharschen Thüringer Wald vorzüglichen Waldwegbau. Dabei kamen ihm seine erstaunliche Orientierungsgabe und Gedächtnisstärke zugute. Nach Ernst Salzmann ist die Salzmannstraße bei Eldersburg benannt. Werke, Ameisenbüchlein oder Anweisung zu einer vernünftigen Erziehung der Erzieher. Denkwürdigkeiten aus dem Leben ausgezeichneter Teutschen des 18. Jahrhunderts. Krebsbüchlein oder Anweisung zu einer unvernünftigen Erziehung der Kinder. Über die wirksamsten Mittel, Kindern Religion biezubringen. Karl von Carlsberg oder über das menschliche Elend. Moralisches Elementarbuch nebst einer Anleitung zum nützlichen Gebrauch desselben. Über die heimlichen Sünden der Jugend. Noch etwas über die Erziehung nebst Ankündigung einer Erziehungsanstalt. Der Bote aus Thüringen. Konrad Kiefer oder Anweisung zu einer vernünftigen Erziehung. Über die Erziehungsanstalt zu Schnäpfental. Heinrich Glaskopf. Konrad Kiefer oder Anweisung.